Tja, ich stehe jetzt wirklich vor einer echten Herausforderung. Denn eine neue Technologie zu erklären, ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Hätte ich Ihnen beispielsweise 1995 das Internet erklären wollen und Ihnen erzählt, was für ein Riesenmarkt da auf uns zukommt, hätten Sie mir vermutlich nicht geglaubt, weil das Thema zu diesem Zeitpunkt einfach noch zu unbekannt für Sie war. Damals hatte noch niemand eine Vorstellung davon, was mit dem Internet alles gemacht werden kann. Und ähnlich sieht es heute auch mit der Blockchain aus. In sehr naher Zukunft werden wir mit ziemlicher Sicherheit alle irgendwelche Produkte nutzen, die mit einer Blockchain arbeiten. Genauso wie das Internet heute wird also auch die Blockchain irgendwann zu unserem Alltag gehören. Und das ist der Punkt. Es ist so selten, dass wir vor der berühmten Masse von solch einer Gelegenheit erfahren. Umso wichtiger ist es, dieses Thema unbedingt ernst zu nehmen und unsere Chance zu nutzen. Das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt bei einem neuen Unternehmen unbedingt von Anfang an dabei sein soll oder mit irgendeinem Produkt, dem aus vertrieblichen Gründen schon fast göttliche Qualitäten zugeschrieben werden. Nein, eine solche Gelegenheit, bei dem so viele für uns positive Faktoren zusammentreffen, werden einige von uns, davon bin ich wirklich überzeugt, vielleicht nur einmal in Ihrem Leben kennenlernen. Deswegen möchte ich Sie bitten, sich die folgenden Informationen ohne Ablenkung anzuschauen. Und danach werden Sie ganz genau beurteilen können, was für Möglichkeiten für uns hier gerade entstehen. Okay, genug der Einleitung, legen wir los. Was also ist diese ominöse Blockchain-Technologie? Um es für Sie jetzt etwas anschaulicher zu machen, werde ich das Ganze am Beispiel des wahrscheinlich prominentesten Projektes erklären, das mit einer Blockchain umgesetzt wurde, nämlich dem Bitcoin. Der Bitcoin war die erste dezentrale kryptografische Währung, bei der dank der Blockchain-Technologie kein Vertrauen mehr notwendig ist. Er kann direkt von einer Person zu einer anderen gesendet werden, und zwar ohne, dass wir dafür eine Bank oder einen Zahlungsanbieter benötigen. Der Bitcoin ist aber auch geschützt vor Inflation, weil es immer nur eine begrenzte Menge davon geben wird. Diese Höchstgrenze kann nicht überschritten werden. Und das Allerwichtigste ist eine Gemeinsamkeit, die der Bitcoin mit dem Internet hat. Denn genauso wie das Internet gehört auch der Bitcoin niemanden. Es gibt keine Firma Bitcoin, die alles managt und kontrolliert. Keine Firma, die Bitcoin-Nutzern Regeln vorsetzt. Und vor allem gibt es niemanden, der unser Konsumverhalten mit dem Bitcoin beobachten könnte, da Zahlungen mit dem Bitcoin vollkommen anonym sind und keine persönlichen Daten erfasst werden. Alleine dieser Punkt ist super wichtig. Bei einer Banküberweisung wird immer gespeichert, dass Max Mustermann 100 Euro an Sabine Müller überwiesen hat. Eine Bank weiß also immer, was wir mit unserem Geld machen. Bei Bitcoin-Zahlungen wird aber nur die Kontonummer gespeichert, die übrigens auch Wallet-Adresse genannt wird. Und jeder von uns kann sich anonym so viele Kontonummern wie er möchte generieren. Das geht tatsächlich per Knopfdruck, ohne dass wir jemals unsere persönlichen Daten preisgeben müssen. Mit dem Bitcoin werden wir also nicht zum gläsernen Burger. Ganz wichtig. Und aufgrund dieser ganzen Vorteile wurde der Bitcoin seit seiner Entstehung auch immer bekannter. Mittlerweile haben etliche Milliarden Unternehmen in Startups investiert, die irgendetwas mit dem Bitcoin zu tun haben. Hunderttausende Unternehmen ermöglichen Ihnen mit Bitcoins so gut wie alle Produkte zu kaufen, die man sich nur vorstellen kann. Sie können mit dem Bitcoin bei Edeka einkaufen, bei Dell, bei Microsoft, bei Starbucks, bei etlichen Bars und Einzelhändlern. Und es gibt sogar Dienste, die ermöglichen Ihnen mit Bitcoins, ihre Miete und Rechnungen zu bezahlen. Der Bitcoin ist also schon bei einer kritischen Masse angekommen und bietet dem Händler genauso wie dem Verbraucher eine Reihe von Vorteilen, die dazu führen, dass immer mehr Menschen damit bezahlen möchten. Kein Wunder also, dass laut vielen Experten der Bitcoin seine größte Entwicklung erst noch vor sich hat. Aber das Wichtigste, was der Bitcoin uns eigentlich gebracht hat, war die Blockchain-Technologie, die die ganzen Vorteile des Bitcoins überhaupt erst möglich gemacht hat. Ohne die Blockchain hätte der Bitcoin niemals funktioniert. Was hat es also mit der Blockchain jetzt auf sich, beziehungsweise wie können wir auch damit Geld verdienen? Eigentlich ist es ganz einfach. Eine Blockchain besteht im Prinzip aus drei Bestandteilen, die wir uns jetzt mal alle kurz am Beispiel des Bitcoins anschauen werden. Der erste Bestandteil ist ein öffentliches, digitales Kassenbuch. Beim Bitcoin werden hier alle jemals stattgefundenen Transaktionen gespeichert und somit kann von jedem Konto ganz einfach auch das Guthaben ermittelt werden. Aber Moment, gerade eben sagte ich doch noch, der Bitcoin gehöre niemanden. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wer bewahrt denn dieses Kassenbuch eigentlich auf? Wer speichert die Transaktionen in dem Kassenbuch? Wer prüft, ob ein Konto überhaupt gedeckt ist, sobald eine Bitcoin-Zahlung stattfindet? Also wer übernimmt beim Bitcoin die Aufgaben, die bei unserem Geld, dem Euro, Dollar oder was auch immer, die Banken übernehmen? Die Antwort lautet, die Miner. Miner sind Personen oder Firmen, die eigene Computer für eine Blockchain arbeiten lassen. Ohne Miner würde keine Blockchain jemals funktionieren können, weshalb sie auch der zweite unverzichtbare Bestandteil einer Blockchain sind. Wieder auf den Bitcoin bezogen heißt das, jeder, der möchte, kann eine kostenlose Bitcoin-Software runterladen, die natürlich auch das Kassenbuch enthält, und seine Computer damit für den Bitcoin arbeiten lassen. Und genau deswegen spricht man auch beim Bitcoin von einem dezentralen System. Denn statt alle Daten an einer Stelle zentral zu speichern, wird die Blockchain des Bitcoins auf Hunderte, Tausende oder von mir aus auch Millionen von Minern verteilt. Und sobald eine Person einer anderen einen Bitcoin schickt, prüft nun jeder Miner anhand seiner Daten, ob diese Transaktion legitim ist. Also ob das Konto des Senders überhaupt ausreichend Guthaben für diese Zahlung aufweist. Und nur wenn sich die Mehrheit der Miner nach dieser Prüfung einig sind, dass alles passt, dann wird die Transaktion erst in die Blockchain gespeichert und gilt nun für alle Zeiten als verbindlich und gesichert. Und das ist das Geniale. Denn was heißt das eigentlich? Das heißt, die Kontrolle eines Blockchain-Projekts liegt immer bei der Mehrheit. Keine einzelne Stelle kann mehr Änderungen durchführen, die von der Mehrheit nicht erwünscht sind. Aber noch ein Punkt ist dabei äußerst interessant, nämlich die Sicherheit, die damit auf ein völlig neues Level gehoben wird. Sollte es ein Hacker wirklich einmal schaffen, eine Miner falsche Daten unterzujubeln, fällt diese Änderung jetzt sofort auf, da die Daten nicht mehr mit denen der anderen Miner übereinstimmen. Deswegen ist die Blockchain eines der sichersten Systeme, die wir überhaupt kennen. Gut, kommen wir jetzt aber zum dritten und gleichzeitig auch spannendsten Bestandteil einer Blockchain und spätestens hier dürfte klar werden, wie wir mit diesem Thema Geld verdienen können. Man könnte sich ja jetzt fragen, warum Menschen teure Hardware kaufen und die Stromkosten auf sich nehmen, um damit ein Blockchain-Projekt, beispielsweise den Bitcoin, zu unterstützen. Oft werden Millionen in so eine Hardware investiert. Was haben die also davon? Und die Antwort darauf ist so einfach wie genial. Denn jedes Blockchain-Projekt erzeugt in bestimmten Zeitabständen eine gewisse Menge an digitalen Münzen, sogenannte Coins. Schauen wir uns das Ganze mal kurz beim Bitcoin an. Bisher gibt es ca. 15 Millionen Bitcoins. Und alle 10 Minuten entstehen so lange neue, bis die Höchstgrenze von 21 Millionen Bitcoins erreicht ist. Und die Bitcoins, die jetzt alle 10 Minuten neu entstehen, erhalten immer die Miner als Belohnung dafür, dass sie den Bitcoin mit ihrer Arbeit unterstützen. Je stärker die Hardware eines Miners ist, desto höher ist auch der Nutzen, den er dem Bitcoin damit bringt, und desto höher ist dafür auch sein Anteil an den neu geschaffenen Bitcoins. Um es jetzt mal ganz einfach zu erklären. Und so verdienen Miner Geld, und das nicht zu knapp übrigens. Aber Moment, beim Bitcoin klingt das Ganze ja noch ziemlich logisch, da er bereits einen gewissen Wert hat. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos kostet ein Bitcoin ca. 350 Euro. Aber wie sieht es denn jetzt mit Blockchain-Projekten aus, die gar nicht das Ziel haben, als Zahlungsmittel angesehen zu werden? Nehmen wir einmal an, eine Social-Media-Plattform, also wo man Freunde gewinnen kann und so weiter, würde mit einer Blockchain umgesetzt werden. Und auch dieses Blockchain-Projekt würde Miner benötigen, die mit ihren Computern alle notwendigen Aufgaben übernehmen. Und auch hier würden die Miner mit einem Coin bezahlt werden, den diese Plattform erzeugt. Die Frage ist nur, wie entsteht jetzt ein Wert für diesen Coin? Es gibt vermutlich keinen Händler, der seine Ware gegen diesen Coin tauschen würde. Gute Frage. Aber die Antwort ist wirklich sehr einfach. Womit verdienen Social-Media-Plattformen Geld? Mit Werbung, klar. Und diese Blockchain-Social-Media-Plattform würde jetzt beispielsweise seine Werbeplätze nicht für Euros oder Dollars verkaufen, sondern nur den eigenen Coin als Zahlungsmittel annehmen. Sobald so ein Projekt erfolgreich wird, wird es schnell Webseiten geben, auf denen Miner ihre generierten Coins an Werbekunden verkaufen können. Und je mehr Besucher so ein Projekt anlockt, desto mehr sind Werbekunden bereit für den Coin zu bezahlen. Logisch. Sie sehen also, der Wert eines Blockchain-Coins wächst immer mit dem Erfolg der dahinterstehenden Idee. Und das ist genial. Was glauben Sie, wie viele brillante Ideen in den Schubladen von sehr vielen talentierten Entwicklern liegen, die aber nie umgesetzt wurden, weil ganz einfach das Geld dafür fehlte? Ein Blockchain-Projekt kann aber vom Wohnzimmer aus ohne einen einzigen Cent an Kapital die ganze Welt erobern. Und der Entwickler braucht keine teure Hardware zu kaufen, weil Miner diese Hardware für ihn stellen werden. So gut wie alle Experten sind sich einig, dass wir dank der Blockchain Produktideen sehen werden, mit denen wir nie zuvor gerechnet haben. In sehr naher Zukunft wird der Markt regelrecht überschwemmt mit Produkten, die eine Blockchain verwenden. Und alle diese Ideen, das ist jetzt wichtig, die eine offene Blockchain verwenden, benötigen auch Miner, die mit ihrer Hardware wichtige Aufgaben erledigen. Das ist der Markt der Zukunft. Und Miner, die kontinuierlich ihre Hardware-Power ausbauen, werden mit zunehmender Zeit in einem immer lukrativeren Markt Gewinne produzieren können. Im ersten Video habe ich Ihnen bereits einige Presseberichte gezeigt, in denen Experten über die Zukunft der Blockchain-Technologie geschwärmt haben. Und das waren wirklich nur ein paar Beispiele von sehr, sehr vielen. Das Internet ist voll an Informationen zu diesem Thema. Und viele Großunternehmen überschlagen sich gerade regelrecht darin, ihre Blockchain-Projekte anzukündigen. Und ich denke mal, wir sind uns wirklich nach diesen ganzen Informationen alle einig, dass es hier um eine völlig andere Nummer geht, als die ganzen Geschäfte, die wir üblicherweise im Internet finden. Die einzige Frage, die sich jetzt noch stellt, ist, wie wir persönlich von diesem Markt profitieren können. Schließlich hat wahrscheinlich niemand von uns Lust, sein Wohnzimmer mit Hardware vollzustellen. Also was für eine Alternative gibt es, die wirklich jeder nutzen kann? Die Antwort lautet ein Mining-Pool. Bei einem Mining-Pool wird die Hardware nicht nur von einer Person finanziert, sondern von einer Gemeinschaft. Und jedes Mitglied kann sich im Rahmen seiner ganz persönlichen Möglichkeiten an den Kosten beteiligen. Und erhält somit regelmäßig seinen Anteil an den begehrten digitalen Münzen, die der Mining-Pool jeden Tag generiert. Und ich möchte Ihnen jetzt einen Mining-Pool vorstellen, der auf den Bitcoin bezogen schon zu den 10 größten der Welt gehört. Und zwar geht es um den Pool BitClub Network, der Ende 2014 gegründet wurde. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos hat sich der BitClub auf das Mining von Bitcoin spezialisiert und generiert damit täglich für seine Mitglieder äußerst interessante Gewinne. Aber wichtig ist, der BitClub ist vollkommen unabhängig und nicht am Bitcoin gebunden. Wie bereits erwähnt, werden bald viele profitable Ideen mit einer offenen Blockchain veröffentlicht. Und der BitClub kann zukünftig alle diese Ideen mit seiner Hardware unterstützen, um unsere Ausschüttung immer weiter zu erhöhen. Aktuell finden beispielsweise die ersten Tests mit Ethereum statt. Ein unglaublich spannendes Projekt, das von großen Firmen wie Microsoft und IBM unterstützt wird. Und obwohl es nur ein Test ist, bei dem wirklich nur eine kleine begrenzte Anzahl an Mitgliedern mitmachen konnte, gehört selbst dieser Testpool schon zu den 10 größten Mining-Pools der Welt, die dieses Projekt unterstützen. Schon verrückt. Aber zurück zum Thema. Mit Ethereum lassen sich intelligente Verträge realisieren. Sogenannte Smart Contracts. Stellen Sie sich mal vor, jemand leased ein Auto und der Autoschlüssel würde jetzt mit einer Blockchain kommunizieren. Und sobald einmal eine monatliche Leasingrate nicht bezahlt wird, springt der Wagen auf einmal nicht mehr an. Ich weiß, das ist gemein, aber glauben Sie mir, genau so wird das kommen. Und dieser ganze Vorgang, also von der Prüfung bis zur Sperrung des Autos, wird vollkommen automatisiert erledigt. Solche Dinge und noch viele mehr können mit Ethereum umgesetzt werden. Und auch dieses Projekt wird vom Bitclub mit seiner Hardware unterstützt. Aber das war noch lange nicht alles. Denn 2016 noch wird der Bitclub eine Händleranbindung veröffentlichen, mit der Händler den Bitcoin und andere Kryptowährungen als Zahlungsmittel annehmen können. Und zwar ohne jegliches Kursschwankungsrisiko. Die Zeit reicht dir leider nicht aus, um zu sehr ins Detail zu gehen, aber alleine mit diesem Thema ließe sich schon ein eigenes Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten gründen. Da kommt also was wirklich Spannendes auf uns zu. Zusätzlich wird aber auch ein Online-Städteportal veröffentlicht, in dem der Besucher direkt sehen kann, welche Händler in seinem Ort Bitcoins annehmen. Dieses Städteportal wird vom Bitclub selbst auf allen wichtigen Seiten beworben, die sich mit Kryptowährungen beschäftigen. Händler, die dort ihr Unternehmen kostenlos vorstellen können, erhalten damit also einen riesigen Mehrwert, da ihr Unternehmen bei einer völlig neuen Zielgruppe bekannt gemacht wird. Und zu guter Letzt wird der Bitclub auch in verschiedenen Großstädten auf der Welt Bitcoin-Automaten platzieren, mit dem jeder anonym und einfach Bitcoins kaufen kann. Und alle diese Maßnahmen, das ist jetzt wichtig, werden in einer äußerst spannenden Größenordnung dafür sorgen, dass immer mehr Geld von außen in den Pool reinkommt. Der Bitclub ist damit meines Wissens zumindest der einzige Mining-Pool, der in sehr naher Zukunft nicht nur durch das Geld der Mitglieder wachsen wird. Warum ist das ein Problem? Weil die Gelder der Mitglieder auch gleichzeitig einen Anspruch an den Gewinne mit sich bringen. Der Einzelne erhält damit also nicht zwangsläufig mehr. Aber indem ständig Geld von außen reinkommt, das keinen Anspruch an der Ausschüttung mit sich bringt, wird jedes einzelne Mitglied von einer immer höheren Hardwareleistung profitieren, ohne dass er selbst dafür etwas bezahlt hat. Und das ist das Spannende. Mit dem Bitclub können wir heute schon äußerst interessante Ergebnisse generieren, aber im Gegensatz zu vielen anderen Geschäften wird das hier aufgrund der zukünftigen Marktentwicklung und den Geldern von außen sogar immer lukrativer. Damit ist der Bitclub genau die Möglichkeit, nachdem die meisten im Internet gerade suchen. Ein stabiles Geschäft, das absolut jeder durchführen kann und das mit zunehmender Zeit immer lukrativer wird. Ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben einen vollkommen neuen Markt, der sich laut vielen Experten ähnlich stark wie das Internet entwickeln wird. Kaum ein Unternehmen wird sich zukünftig diesem Thema entziehen können. Dazu kommt, dass wir diese Gelegenheit vor der Masse kennenlernen und wir können uns bis zum großen Ansturm einen immer größeren Anteil an diesem Markt sichern. Und zu guter Letzt haben wir ein Unternehmen, das es uns erlaubt, ohne jegliche technische Kenntnisse von diesem riesigen Markt zu profitieren. Egal welche Produktidee mit einer offenen Blockchain zukünftig umgesetzt wird, wir werden die Hardware haben, die diese Idee benötigt. Heute schon gibt es Mitglieder, die in kürzester Zeit vier-, fünf- oder sogar sechsstellige Monatseinnahme mit dem Bitclub realisieren. Aber meiner Meinung nach war das noch lange nicht alles. Denn sollte sich der Markt auch nur halb so gut entwickeln, wie Experten es voraussagen, dann war das wirklich nur der Anfang. Und wir alle haben jetzt die Chance, bei diesem Anfang mit dabei zu sein und uns damit auf diesem Markt zu positionieren. Ich persönlich kenne aktuell keine Möglichkeit, die bessere Zukunftsaussichten bietet. Gut, kürzen wir es an dieser Stelle ab, denn ich könnte zwar noch stundenlang weiter über das Thema sprechen, aber ich möchte Ihre Zeit jetzt auch nicht unnötig in Anspruch nehmen. Eine Sache aber möchte ich abschließend noch unbedingt erwähnen, dass sich gerade hiermit unsere Gewinne noch einmal deutlich steigern lassen. Denn der Bitclub bietet uns auch die Möglichkeit, diese Gelegenheit weiter zu empfehlen. Wir können uns also ein Team aufbauen, an deren Ergebnissen wir ein Leben lang beteiligt werden. Und gerade diesen Punkt sollten Sie bitte nicht mit den üblichen Vertrieben verwechseln, bei dem Ihr Team irgendetwas verkaufen muss, damit Sie etwas verdienen. Jedes Mitglied erhält beim Bitclub seinen Anteil an den Gewinnen, die Tag für Tag generiert werden. Dafür muss niemand irgendetwas tun. Und ein Teil dieser Gewinne wird jetzt vom Bitclub automatisch dazu verwendet, neue Teilanteile am Hardwarepool für Sie zu kaufen. Warum? Weil damit der Anspruch jedes Mitglieds mit zunehmender Zeit immer weiter wächst, ohne dass er noch einen einzigen Cent aus eigener Tasche bezahlen müsste. Aber nicht nur das, denn dadurch entstehen auch ständig neue Umsätze in Ihrem Team, für die Sie immer wieder eine Provision erhalten, vollkommen automatisch. Während Ihr Teampartner also eine immer höhere Ausschüttung erhält, profitieren Sie auf der anderen Seite auch im immer höheren Maße von seinen Umsätzen, die ein Computer für ihn generiert. Sie müssen also niemanden mit Engelszungen dazu bringen, dass er endlich seinen lieben Onkel anruft, um von den weltbesten Produkten zu erzählen. Nein, Sie müssen hier einfach nur warten, bis die Hardware genügend Gewinne für Ihren Partner produziert hat, damit das System ihm automatisch einen neuen Teilanteil hinzukaufen kann. Und schon haben Sie wieder Geld verdient. Einfacher geht es nicht, das kann wirklich jeder. Machen Sie sich bitte bewusst, was für eine Gelegenheit hier auf uns wartet. Viel zu oft haben wir bei der Entstehung von neuen Technologien immer nur zugeschaut, nur um ein paar Jahre später festzustellen, wie viele Leben durch so eine Entwicklung positiv verändert wurden. Man selbst war aber wieder einmal nicht dabei. Das ist natürlich keine schöne Erfahrung, aber wir haben heute wieder die Wahl, ob wir nur Konsument einer neuen Idee sein wollen, oder ob wir endlich mal finanziell von ihr profitieren. Und zwar auf einfachste Art und Weise. Meine Partner und ich haben bereits eine Entscheidung getroffen. Und ich hoffe, ich konnte in diesem Video die Informationen vermitteln, die Sie benötigen.